aber egal wir schaffen wir schaffen es trotzdem sogar noch auf gold aber ich muss mir in den wir wollen ja den sticker auch haben wenn ich mir jetzt bei den immer ein sticker netz so zack maschine upgraden wir mal sticker hammer wir können jetzt gewinnen der faule hund liegt nur rum hier so da kann man ein schönes gold machen verpieselt durch hier ihr säge so gewonnen gold plus sticker ja baby ja baby ja schau mal so wir können slots spielen dann das will ich auf jeden fall machen wir holen uns noch diesen sticker hier heute sticker party habe ich das gefühl da haut das spiel uns alles raus so wir brauchen kühe 3 wir sollen kuchen produzieren das da brauchen wir sowieso da dafür und was ein bisschen ungut ist den hot dog das kriegen wir nachdenken durch die schweine genau wir brauchen schweine so den hund brauchen kann verkaufen die kür sind in ordnung was brauchen wir schweine mal gesagt schauen wir vielleicht kann ich das direkt was kaufen wir verkaufen fünf mit es und fünf mal ist da wo wir brauchen mehr schweine wir wollen bis 16 hot dogs so klick party hier das muss alles ganz lager so dann hier kann man schon mal was auf den grill werfen noch eine sau dazu erweitern erweitern danke schön die maschine kann nur einen oder was zwei und die noch zwei da rein steak is ready so so da können wir wollen was produzieren irgendwas was verkaufbar ist halt ne eine katze wäre jetzt weiß die war echt nice muss mir jetzt wenn ihn runterklicken hier man kann halt nicht alles haben leute so jetzt werden wir mal etwas verkaufen wir brauchen geld also kuchen verkaufen hot dog verkaufen das immer die katze leisten kann ich brauche ich die katze diese so gibt mir jetzt endlich die kohle dass immer die katze leisten kann bitte danke ja ich habe die katze das nervt nämlich schon ein bisschen zur die zweite katze sogar noch so und so so und so das kriegen wir schon hin leute was haben wir noch die hot dogs wir brauchen auf jeden fall eine kuh den schweinen her das haut hin dann brauchen wir hier nur nachschub sehe ich gerade das geht sonst gar gar nicht bären attacke aber nicht wenig kann man die mistfiecher hier verkaufen die torten dazu die hot dogs es gibt schön asche so hier war es hier war es und hier was da war es da war es da war es den sticker haben wir jawoll eine biene oder whatever das sein soll so wir brauchen noch eine dritte kuh das haben wir erledigt dann soll man noch zehn mal marmelade kaufen das haben wir auch erledigt wir brauchen hier noch das da die würstel brauchen wir noch eine portion dann brauchen wir nur diese brote der haben wir jetzt nicht müssen wir warten ein bisserl die muss ich erst bestellen das ist aber nicht das problem das muss man ja nur machen so ein paar zu wenig scheiße fehlt die kohle das heißt wir müssen etwas verkaufen so da war es rein da war es rein da war es rein da war es rein da kommen schon die brötchen an aber wir brauchen mehr dazu brauche ich kohle so rein da so rein da so rein da 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 rein und volle wäsche da rein so upgrade und ab in verkauf und zwar zack ja es geht gut vorwärts gold wird schwer drin sein aber ich sage mal so es ist machbar nicht unmöglich zumindest so wir upgraden die maschinen dass da bissl mehr rein geht dann gehen wir ein bissl was in verkauf nur wir brauchen nur mehr torten das heißt die schweine können wir jetzt auch vergessen also verkaufen wir haben genug die schweinerei wird jetzt verkauft wir brauchen nur mehr torten so das heißt da rein level machen das finde ich es ist nicht schlecht dass in die alten level immer zufällig so ein sticker auf dort aber man will auch was neues machen und wir spielen eine runde slot mal schauen was ich hier krieg jetzt haben wir schon 59 von der maschinen war gar nix glück so was kriegen wir jetzt dreimal fleisch jawohl genau das was ich brauche also das hat hin das ist wiederum glück gewesen jetzt haben wir wieder pech es geht trostpreis ein auto das wird nix das sehe ich schon einmal gras auch nicht so der burner 500 sterne okay habe ich inzwischen genug einen token nix also wir haben eher pech als wie glück im moment schon wieder nix was ist da los jetzt kriegen nur scheiß hier einmal gras also den top burner haben wir noch nicht geschafft irgendwie yeah ein token juhu wow so drei autos das geht drei token ein bisschen besser wird es langsam 500 sterne okay 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 aber ich habe schon genug sterne die brauche ich fast gar nicht mehr ein token kriegt man einsatz wieder ja gut besser wie nix und noch ein token ihr wollt mich doch verarschen leute so jetzt kriegen wir mal das geschehen bitte jawohl dreimal tiere das geht die brauchen wir eh auch so eine maschine jetzt haben wir schon 60 wir sollten das mal einsetzen auch dann kriegen wir vielleicht öfters gold es erreicht nochmal gras 500 sterne jippie 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 jist un Alexandra ja lang steck diesen tocken ja wieviel x gibt ja mir den episa so zweimal kommen jetzt bringt ein bisschen glück 1000 sterne ja ist schön aber ich habe schon genug sterne gibt mir lieber was vernünftiges eine notte macht ja den brauche ich ganz dringend okay leute wir gehen zum nächsten level schauen mal was man da machen soll sicher irgendwas mit bienen er sage ich es nicht also vier mal dings und zwei so bienenstöcke bis 14 das wird schwierig muss man schweine kühe wird denn die hühner verkaufen ja wir werden das hier ein bisschen upgraden zehn hot dogs das ist für schweine das passt dass man das ein bisschen upgraden können hier wir müssen hier bisschen kohle verdienen die katze wenn er ist das haben wir auch hier mein grill befördern dann wird das verkauft man sieht hier nichts das ist das problem so da rein die geld verdienen hier so da war es rein die wir schlammer und jetzt werden hot dogs produziert die brauchen mehr zu essen die verhungern hier also ich brauche eine katze man kommt damit ein klicken schon wieder mit nach zu viel einfach scheiß lager ist voll so wir können verkaufen den käse und die hot dogs ok und schweine bringen die fast nichts im verkauf lassen so da kann man was rein da kann man was ein so hier wird ordentlich gras produziert ich brauche jetzt echt katzenviecher so jetzt können wir ordentlich verkaufen genug asche hoffentlich machen so ich muss sagen von den schweinen habe jetzt die schnauze voll ich finde es verkauft ich mag nicht immer immer am sack ehrlich sagt so ich habe da genug steaks offen das wird schon hinhauen muss mit den kuhdings erreichen dass man das machen die fressen sich ja haben hier die schweine so dann was auf dann was drauf dann brauchen wir noch brötchen gut dann kaufen wir halt nur zehn brötchen die werden auch ein kassiert so verkauf verkauf so milch und das da da kommt nur was und da kommt nur was und die brötchen werden angenommen dass man das auch produzieren können so dann wird verkauft die restlichen schweine brüste rein der käse und das war's hier noch was rein hot dogs nicht fressen katzen nur mir geben die hot dogs gell so da was rein da was rein so das passt jetzt schon jetzt verkaufen auch nur die kühe gebrochen honig waren nämlich was wert so das haben wir alles so das da ist ein bisschen nur für euch so da was rein und warte mal jetzt kommen die bären die nämlich gleich dann nur mit dem verkauf so da was rein da was rein so jetzt können wir ordentlich verkaufen wir verkaufen dass das und das und die kühe will ich auch verkaufen aber das geht sie gar nicht mehr aus aber egal eine honigbar ist da bis 14 werden wir das nicht schaffen aber silber ist drin leute silber ist drin mehr silber ist leider nicht drin so wir verkaufen die kühe und alles was irgendwie dazu jetzt dringend sommer 15.000 sommer 13 5 gut dann nehme den käse noch mit das da rein so da haben wir eine zweite jawohl alles verkaufen die katze kann ich auch verkaufen die zwei die brauchen wir nicht mehr ja wie gesagt es geht sie nicht ganz aus aber ja silber kriegen mal das in ordnung muss ja nicht immer gold sein so katzenviecher verkaufen das verkaufen jetzt müssen wir einfach warten eine fehlt uns noch leider 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 die werde nicht in 80 unten kriegen schätze ich mal scheiße aber knapp fast knappe sache war es so silber hammer zack gewonnen nur paar sekunden zu spät aber ist egal das ist schon okay sticker gibt es hier kein doch sticker den holen wir uns ich bin geil auf diesen sticker jetzt 245 5 mal basta das heißt einfach nur hier hühner 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 so 1 noch ein hung muss jetzt rächen so komm her euch können wir verkaufen so die taktik war nicht schlecht was man da jetzt gemacht haben so jetzt brauche ich dich nur mein ei bitteschön gib mir neu und dann müssen wir natürlich dankeschön dann müssen wir natürlich warten auf äh den sticker also zu früh dürfen wir die sonne b ey der sticker ist da hat sie erledigt so wir kriegen das hühnchen hier was popcorn mampft äh popcorn sei ein guckgeroots ok das können wir auch verkaufen wieder ein bisschen so dann können wir die maschinen hier upgraden so dann können wir die maschinen hier upgraden würde mir jemand ein ei geben bitte gibt hier keine eier mehr erpissen elton naja denke mal so hopp hopp ein bisschen futter dann nachschieben so eier haben wir schon genug äh jetzt müssen wir eher die maschinen hier upgraden aber das geht auch so eigentlich ne wird schon gold werden so die hühner können wir verkaufen ich habe genug eier das brauche ich gar nicht mehr so verkaufen wir die ching nuggets die passt da gleich mit die werden abbauen aber das ist mir egal ehrlich gesagt braucht die animale können wir was produzieren so wir sind es dann eigentlich wir müssen hier nur mehr upgraden und dann sind wir fertig so der letzte und dann haben wir es gold ist noch drin auf jeden fall hammer nice gemacht hat super funktioniert wir machen wieder mal einen cut wenn es euch gefallen hat abonniert mich liked mich schreibt einen kommentar ich würde mich wirklich drüber freuen bis zum nächsten mal euer zocker andy von gameplay deluxe tschüss bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020